Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich hab mich doch gegen den Langhals entschieden. Schließlich sind wir in der Wüste und da hat ein Langhals nicht ganz so viel zu tun. Und ich finde, da passt so ein Raptor besser. Viel besser. Außerdem sollte die Folge heute relativ kurz werden, weil wie gesagt, wir haben einen Raptor. Und die sind schnell, besonders jetzt mit Federn. Und machen ziemlich viel Damage. Das möchte ich mal ausprobieren hier. Können wir den einschüchtern? Ja, wirklich cool. Aber gerade so. Ist hier oben irgendwas? Nö. Hat sich gar nicht gelohnt, hier hoch zu gehen. Der Rot ist auch schon wieder am Wandern. Ah, gut, komm her. Beenden wir es mit ihm. Irgendwann muss es ja sein. Ich lass mal oben so. Da könnte man noch ein bisschen den Raptor bestauen. Was hier unten abgeht, ist eh nicht interessant. Außer, dass ich vier Angriffe starten kann. Boah, schlecht gezeichnet. Machen weniger als den erwarteten Damage sogar. Das tut natürlich in der Seele weh. Nicht mal die 90 geschafft. Ah, er hat sich nichts dran. Ich hänge wieder fest, weil ich am Mauspad klebe. Dammit. Ich meine, kann er nur einmal angreifen. Okay, er kann zweimal. Erster Gegner. Kein Finisher. Tut weh. Sag ich echt, tut weh. Ich habe einen neuen Angriff gelernt. Sehr lustig. Wenn die Dinosaurier durchst, ist nur noch Wasser. Hier lag doch irgendwo eine Leiche rum, oder? Irgendwo? Hier? Ja. Ich würde sagen, wir clearen erstmal da hinten alles ab. Mit dem Fragezeichen. Was man kaum sehen kann jetzt wieder, aber egal. Auf jeden Fall clearen wir das hier hinten. Das könnte schon der Secret Gegner sein. Nein, ist doch nicht. Das ist das erste Teil des Drachiosaurus, müsste es sein. So, und Streifen können angepasst werden. Nice. Noch so ein Stego. Okay. Dann legen wir uns mit ihm an. Wir sehen da schon, wer stärker ist. Ich könnte auch viermal grün machen. Ich hoffe nicht, wie schwer das wird. Das ist auch nur bei drei. Das wäre bei vier. Oh, scheiße. Das ist auch wirklich schwer. Dazu noch schön... Keine Chance, das schnell zu zeichnen. Nee, ich glaube, da macht es mehr Sinn, schwache Angriffe zu machen, aber dafür... ...voll zu hitten. Ist das wenig. Ey, ist das wenig. Okay. Und es wird schon kein Finisher. Oh, es wird definitiv kein Finisher. Nee, wird keiner. Scheiße, ich bin bei 93 oder sowas. Oh, doch. Finisher. Nice. 90, genau 90. Ich glaube, 90 gibt es den Finisher. Kleiner Dämon, ne? Gefällt mir sehr. Das Optische. So. Und wir sind wieder durstig. Ich kann auch kurz die Karte zeigen. Da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Scheiße drauf, gehen wir gleich mit Damage rein. Sollte nicht so schwer werden. Das ist auch nicht mal so viel. Wir sind erst mal knapp sechs Minuten. Okay. Schwierigkeit 4 Uhr. Jetzt müssen wir schon den Ganzen... Ich hab mal versucht, schnell zu machen. Wir gehen wirklich noch in eine weitere Runde. Das heißt, der Finisher ist drin. Außer ich suck jetzt komplett rein. Oh ja, ich hab einen gesuckt. Aber es sollte reichen. Es ist so blöd, dass ich nicht hinterher wechseln muss. Das macht mich jetzt mal wahnsinnig. Ich muss mir das jetzt merken. Dritte Folge habe ich das im Griff. Ich schwöre es. Vielleicht schwöre ich es nicht. Aber ich gebe euch auf jeden Fall schon mal den kleinen Finger drauf. Hier oben ist das Wasser, gehen wir auf. Okay, dann gehen wir einfach unten lang. Ab 100 Dingsen, Dingelskirchen, können wir uns übrigens wieder die nächsten Federn drehen. Und dann klatschen. Dann werden die Bilder noch schwerer und die Kombos noch länger. Okay, pass auf, ich komm mir erst das da. Und damit haben wir das fertig. Ach, da ist ein Raptor. Kann man machen. Ich muss jetzt mal gucken, auf welchen Bildschirm ich das habe. Okay, zack. Komm, ich gehe auf volle vier Punkte. Ah, komplett reingeschissen wieder. Wir gehen des Save wieder in die nächste Runde. Alter, was für Kämpfer. What the fuck? Oh, das hat so weh. Keine gute Folge für mich heute. Ah, da gibt es trotzdem noch den Finisher. Genau 90 wieder. Ei, 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 ei. Kritisch heute, kritisch. Wir kommen gerade so noch drüber über die 10 Minuten gerade. Ich schätze mal 15 Minuten, 17 Minuten ist die Folge auch beendet. Muss halt auch mal kurze Folgen geben. Vorher die Folge zu Ende, jetzt möchte ich nochmal in die Hütte anpassen gehen. Schöne Angriffskombinationen auswählen. Zack, und dann einfach durchspeeden. Und merken, dass man kacke ist. Und wir gehen in die nächste Runde. Wäre sogar nur 80 gewesen. Ah, doch. Kann was werden. Und jetzt wird auch was. Bam. Eins, zwei, drei. Tschüss, liegt da im Dreck, der Junge. Da hört er auch hin. Schön. Freut mich. Freut mich sehr. Also wir müssen jetzt auch... Ah, einer fehlt noch. Einen müssen wir noch die Eier rausreißen. Geht er nämlich zu nahe kommen. Ich suche einfach nur schnell noch Fleisch. Stimmt, das da oben ist der Secret Boss. Habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Aber er muss gemacht werden. Für die 100%. Ohne einen Kampf. Ich glaube, wir werden in den Kampf verwickelt, sobald wir rauskommen. Wird sehr, sehr ungeil. Ja, doch, das fühle ich mehr. Fühle ich definitiv mehr. Ja, das fühle ich. Schön die Fehler noch da kompakt und nicht so ein Iroh auf dem Kopf. Bin ich nicht der größte Fan von. Muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste, ich bin immer herrlich. Ja. Und da kommt der Kampf. Und komm jetzt hier. Und da geht er schlafen, der junge Mann. An der Stelle frage ich mich, wo gibt es denn jetzt noch irgendeinen Gegner? Oder müssen wir den Secret Boss machen? Zuerst, das ist ja der Boss weiterhängtlich. Ein Traktor. Man könnte es. Das werde ich niemals schaffen. War gar nicht mal so scheiße. Ihr habt da sollte fallen. Oder? Nein, eine Runde noch. Dann können wir ihn wenigstens finishen und auseinandernehmen. Oh, scheiße. Nein. Scheißdreck. Scheißdreck. So, jetzt müssen wir mal gemeinsam gucken, wo ist denn der letzte Gegner? Wo hat er sich versteckt? Jetzt nicht, der hält sich in dem kleinen Fitzel da ganz südlich unter uns auf. Das wäre ein bisschen Mobbing. Ach, da ganz... Hä? Da waren wir doch. Hä? Check ich jetzt nicht ganz. Aber da ist er auch. Hier, Dreck ins Gesicht. Ganz viel Dreck ins Gesicht. Das ist die Kampftaktik, die wir wollen. Jo, wir tun ja die Zeit rennt. Jo, unmachbar. Ordentlicher Damage. Auf jeden Fall. Damit sollten wir ihn wirklich finishen. Ach, scheiße. 99 Prozent. Mehr werden das nicht. Ja, 99. Ich hab ein Pixel nicht gekriegt. Sehr pingelig. So, und damit haben wir genug Eier. Sag ich ja, knapp 17 Minuten. Äh, halb so lange die letzte Folge ungefähr. Mir war es wie immer wieder ein... Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn auch euch diese Folge gefallen hat. Sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. galab Temperature hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk